Das heißt, XRP wird ab Stand heute noch 20 Ex machen. Das wäre ja krass. Dann sollte lieber noch etwas umstrukturieren mein Portfolio. Mich juckt nicht, welcher Coin will nur die meisten Ex machen. Gut, mein Lieber, aber wie soll ich das sagen? Das ist meine Meinung, dass das passieren wird. Jetzt ist die Frage, wie viel ist meine Meinung wert? Bin ich ein super krasser Experte? Nein, bin ich nicht. Bin ich der Einzige, der das glaubt, dass solche Preise erreicht werden können? Bin ich auch nicht. Es gibt einige Experten, die glauben auch, dass wir solche Preise erreichen können. Es gibt sogar Leute in der Wall Street, die glauben, das wird auf 65 hochgehen, auf 35. Einige behaupten 65, da ist unsere Preisprognose zwischen 10 und 13 noch verglichen zu denen ziemlich tief gesetzt. Es gibt genug Leute, die sagen, ach XRP geht nicht mal über einen Dollar mehr, nie wieder. Ihr investiert in einen Shitcoin und was weiß ich. Kann man nur mit dem Kopf nicken. Es ist unsere Meinung und ich erkläre euch auch immer wieder, warum wir das glauben, warum das passieren wird. Ob das letztendlich wirklich so kommt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, was wir machen. Wir richten uns genau in diese Richtung. Dass das Ding dahin geht. Darum recherchieren nochmal gut nach und trifft deine eigene Entscheidung, was das angeht.